Einen wunderschönen guten Tag ihr hübschen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Black Squad. Oh, das ist aber gerade ein bisschen laggy hier. Warum? Warum lecken das hier so? Auf der Map. Checkpoint, glaube ich, heißt die. Alter, ist das am Lecken. Warum ist das so am Lecken? Ist ja ekelhaft. Ah, jetzt geht's. Auf der Map. Checkpoint. Ich bin der Meinung, ich habe die Map schon mal irgendwo gespielt, aber ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, wo genau. Deswegen werden wir sie mal etwas erkunden. Voila. Oh, nicht getroffen. Haha. Hier scheint wohl doch gar nicht so groß zu sein. Oder es täuscht. Das kann natürlich auch sein. Ah, wer? Oh. Okay, das ist also schon mal die Base von denen. Und ich kann also sagen, ich war auf dieser Map noch nicht unterwegs. Sagt mir nämlich gar nichts. Oder sie ist anders gestaltet als in... Was? Ähm... Als in einem anderen Mod. Das entscheidet sich dann. Oh, da ist ja noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen in der Ecke. Auf jeden Fall... ...hatten wir die Map noch nicht. Auf jeden Fall hatten wir diese Map noch nicht. Objektiv almost complete. Don't quit now. Oh, aha. Okay, gehen wir mal diesen Weg. In der Hoffnung, dass wir hier etwas begünstigter vorwärts kommen. Oh, da bin ich dann, äh, mal eben gestorben. Möhe. Egal, weiter geht's. Obwohl ich sagen muss, die Map ist hier heute so ein bisschen, äh, laggy. Ja, so ein Scheiß. Ach, der ist schon tot. Scheiße. Mein Hund regt mich gerade tierisch auf. Jetzt haben wir rumgejammer. Oh, daneben. Oh, da ist die AK hier. So was von die verkehrte Waffe. Na komm, zeig dich. Ja, das war klar. Ich lade nach und der kommt raus. Da habe ich noch getroffen. Oh, blockt doch nicht hier, ey. Schauen wir mal, ob da oben noch was... Noch was los ist da. Hä? What the fuck? Alle bin ich am lecken. Ach, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Verdammt. Aber eigentlich doch... Soll ich... Warum habe ich so einen hohen Ping? Was denn da los? 324er Ping, warum? Das ist ja... Muss ich mich nicht wundern, dass es hier am lecken ist. Ah, ich habe wieder keinen erwischt. Schade. Den 324er Ping, warum mal denn dieses? Auf was bin ich denn hier für ein Server unterwegs? Egal, auf jeden Fall. Schnell nachladen. Nooo. Boah, die letzte Kugel hat ihn dann doch noch erwischt. Den Nate habe ich auch noch für euch. Hab ich da noch was drin? Oh, shit. Aber ich habe mit der Nate noch einen erwischt. Jetzt gehen wir mal wieder den Weg hier lang. Oh, komm, lade nach. What? Ey, ich habe echt einen 324er Ping, Alter. Wo kommt denn der her? Den verstehe ich jetzt gerade gar nicht. Ah ja, egal. Das ist kein Wunder, wenn es dann so ein bisschen laggy ist hier. Oh, 30 Sekunden noch. Ah, scheiße. Okay, das ist jetzt dann wohl eine nicht ganz so gute Runde gewesen. Aber, wenigstens haben wir die Map mal gesehen. Und das kann ja auch nicht schaden. Gehe ich mal stark davon aus. Um einen Kill will ich wenigstens noch machen. Aber, egal. Das war es für diese Runde. Und, ähm, ja, wie immer. Wenn es euch gefallen hat, liken, teilen, abonnieren, kommentieren und so weiter und so fort. Ihr wisst Bescheid. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Haut rein.